Der Ruf der Tiefe ereilte mich im Winter 1865. Angriffe von Seeungeheuern an den Küsten Europas hatten sich in den letzten Jahren dramatisch gehäuft. Nachdem der Mensch sie jahrhundertelang gejagt und wie die Nixen und Meermänner an den Rand unserer Welt gedrängt hatte, kehrten sie nun zurück. Warum? Darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Eine geheime Operation sollte uns in das Reich unter den Wellen führen und Licht ins Dunkel bringen. Tauche mit mir an Bord der Nautilus hinab auf den Grund des Meeres. Tagebuch-Einträge, handgezeichnete Skizzen und alte Seekarten enthüllen unsere Entdeckungen. Erlebe zahlreiche Abenteuer, geprägt von Neugier, Hoffnung und Verrat. Erforsche die vergessenen Kreaturen der Tiefsee und lüfte mit mir ihre Geheimnisse. Folge mir in die Tiefe. Verborgene Fabelwesen der Meere Verstellung von Neugier controlled Vielen Dank.